Wir wollen ganz viele insektenfreundliche Lebensräume errichten. Das können wir nicht alleine, sondern wir brauchen eine große Bewegung von interessierten Landschaftsgärtnern. Und deswegen haben wir die Insektemie gegründet, die Akademie für mehr Insektenbewusstsein. Wir schulen Landschaftsgärtner, damit sie selbstständig insektenfreundliche Lebensräume errichten. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, der Natur etwas zurückgeben zu können und zu dürfen. Und hier haben wir die beste Möglichkeit dazu. Das ganz Besondere an Insektenrespekt insektenfreundlichen Lebensräumen ist, dass wir immer die Menschen vor Ort mit einbeziehen. Wir bereiten den Boden vor, wir säen die Pflanzensamen und wir legen Strukturen an. Und so schaffen wir Bewusstsein für Insekten, Biodiversität und Nachhaltigkeit. Am besten hat mir heute bei der Arbeit gefallen, dass alle angepackt haben, dort wo sie waren. Und zwar mit Freude. Die Pflanzensweise www.hensions equipo